Das war's. Das war's. Das war's. Was? Aber ist das so dumm? Das ist so dumm. Ich möchte Facebook sagen. Noch mal das gleiche. Moment. Alles strahlende Gesichter. Ihr lacht alle so. Hast du einen freien Spruch? Oder haben sie nicht reingelassen? Also ich hätte hier reingedurft. Aber andere nicht. Aber die hätten ja auch nur Fahr zulassen. Nein, auch da nicht. Aber gar nicht drauf vorbereitet, dass Leute kommen. Wahrscheinlich das Buffet haben sie nicht bestellt. Und beim nächsten Mal? Ja, dann bringen wir auch noch mehr Leute mit. Die schicken dann hinzu. Am besten werden wir dann einen Bus chartern. Ja. Hannover hat so viele Einwohner. Überleg mal. Dann wird Nidenburg einfach mal eingenommen. Oh ja. Wenn man das jetzt dementsprechend vom Markt hat. Dass der Termin nicht stattgefunden hat. Weil zu viele Leute. Dann sind beim nächsten Mal die doppelte Menge. Hast du ihm das gesagt? Schön, dass du das eben gesagt hast. Deine Tonspur ist drauf. Das ist gut. Das Urteil hatten sie festgestellt. Das schickst du mir noch ab. Das ist geil. Ich laufe nur mal ganz kurz. Ich nehme vorne das Arbeitsgericht auf. Mein ist auch nicht viel. Komm mal. Das ist Witz. Wir müssen leider draußen bleiben. Ohhhh. Gleich kommt die Polizei und verhaftet uns. Wir haben auch die ganze Stimmung von diesen Bediensteten. Und dann sind wir auf ein Oberlandesgericht. Als hatten die nächsten. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. Die ganze Straße. So Mädel. Jetzt gehen wir zur richtigen Verhandlung. Ja. Das nächste Mal können wir hier gleich alle hinkommen. Aber guck mal. Die sind richtig nett zu uns. Herzlich willkommen. Sagen sie. Das ist ein. Ganz teurer Laden geworden. Das war vorher. Ja. Ich wollte dir vorhin beim Amtsgericht. Wollte ich dir einen Blumenstrauß pflücken. Aber du hast ja keine Zeit gehabt. Die weiß bestimmt wo wir ihn wollen. Ja. So. Mädchen. Die Türen öffnen sich für dich. So. Alles. Und somit für die Selbstregulation im Organismus. Nach schon neun Wochen bin ich durch die BEMA-Therapie fast wieder Symptome. Das habe ich auch irgendwo mal gesehen. Aber die Quelle ist immer das Problem. Wo findest du das? Und da wollte man dich dann noch nicht mal mehr zum Arzt hinfahren. Also du warst total auf dich selbst gestellt. Und du sagst blind warst du auch. Ja fast. 10 Prozent darin. Also mal ganz im Ernst. Wenn man das jetzt so sieht. Also da sind mindestens 30 Jahre fast dazwischen. Vom Aussehen her. Unfassbar. Im Ernst absungen. Und wenn du richtig. Ja. Ich bin 50. Auf dieser Saison. Die Fahnen haben ja auch lange gedauert. Ja. Wenn der Fahnen hat ja immer lange gedauert. Wenn dann mal der Fahnen-Funk stattgefunden hätte. So. So, Moment, heute ist der 17. Wir sitzen gerade beim Bäcker und jetzt zeige ich euch erstmal hier ein Kleeblatt. Hallo. Ja, wir waren wegen der Silke, da waren wir vor dem Amtsgericht in Nienburg. Die Bilder folgen, aber was hast du zu erzählen in Nienburg? Ja, es wurden ja immer mehr Leute, die kamen. Ich habe mich natürlich gefreut. Wie viel wären wir gewesen sein? 25, 30 Leute? Fast eine Demo, ne? Ja, hätte man ein bisschen anmelden können, ne? Ja. So, und dann ist ja das Amtsgericht nicht sehr groß, diese Schleuse, wir wollten rein, dann durfte ich nur rein und dann stand da so ein netter älterer Herr mit weißem Hemd vor mir und hat sich vorgestellt als Richter. Ja, Frau Werniger, es ist Ihr gutes Recht, so viele Leute mitzubringen, aber mit so einem Ansturm haben wir nicht gerechnet. Das müssen wir heute verschieben. Eine Frage wegen der Kleiderordnung. War der Richter auch richtig angezogen? Nein. Nochmal laut. Nein. Kleiderordnung, wie war sie? Weißes Oberhemd. Nein. Ja. Also unschuldig. Ja. Hätte auch jeder andere sein können. Ja. Okay, erzähl weiter. Ja. Und ich wusste ja auch gar nicht, bis Freitag, bis der Anwalt mir das sagte, dass es ein Richter ist. Weil in sämtlichen Vorladungen, das Schreiben, was ich bekommen habe, nur mal eine Justizfachangestellte unterschrieben habe. Oder Kringel gemacht. Kringel. So. Da hätte jeder heute stehen können. Ja, und dann habe ich gefragt, und wenn ja heute nicht alle mit reinkommen, nur Urteile. Nein, auch da nicht. Ja. Er schickte nur noch einen Termin zu und sagte, naja, dann komme ich mit noch mehr Leuten. Und bin gegangen. Also außer Spesen nichts gewesen. Ja. Und viel Spaß und Freude, dass ich viele Leute wiedergesehen habe. Neue Leute, die gekommen sind, kennengelernt haben. War eigentlich richtig amüsant für den Amtsgericht. Also ich hatte meinen Spaß. Also ich habe nur ziemlich verständnislose Gesichter gesehen. Ja. Und zwar zwei Polizisten. Die standen nachher draußen, als wir abrauschten mit unseren Autos oder wie auch immer. War schon interessant. Ja. Also die waren irgendwie fast in Schockstarre, würde ich sagen. Ich habe einmal ganz kurz den Eingang mal kurz mal abgefilmt. So im Hintergrund war eine Person. Ich habe dann schnell die Kamera wieder weggenommen, weil das hätte ihr wahrscheinlich nicht gefallen. Also sie fühlten sich von uns quasi überrannt. Ja. Und das Interessante ist ja, wie wir hinkamen, waren zwei Leute schon drin im Besucherzimmer da. Und ich bin durch. Habe nicht gebiepst. Also war diese Schleuse gar nicht angeschaltet. Habe gerufen, ich suche nur jemanden. Bin hinter und da kamen ja die Leute entgegen. Sind mit raus. Und beim zweiten Mal, wie ich dann reingerufen wurde, war ja angeschaltet. Und ich habe natürlich wieder mal gebiepst, immer mit meinen Implantaten. Das war aber anscheinend nicht wichtig. Da hat keiner nachgefragt. Und ja, da stand ich da. Und ich weiß, dass hinten im Gericht ein großer Saal ist, wo wir alle hätten Platz gehabt. Und... Also Saal 1? Ne, Saal 1 war das nicht. War aber angeschrieben. Also normalerweise... Ja, also in dem hätten wir auf jeden Fall, was ich gerne von früher von einer anderen Geschichte, also nicht von mir, hätten wir alle Platz. Also ich habe das Gefühl, beim nächsten Mal stehen da ein paar Autos vor der Straße. So gelb, silber, blau, mit weißer Schrift. Und dann wahrscheinlich zwei? Drei? Ja, bestimmt. Zwei auf jeden Fall. Naja, und wenn ich dann jetzt den nächsten Termin kriege, dann rufe ich da mal höflich beim Gericht an und frage, ob sie dann auch genug Platz haben. Weil es könnten auch mehr Leute kommen. Ansonsten, sagen wir, Platzkarten können ausgegeben. Oder wir haben eine MTV Halle, eine Sporthalle in der Nähe. Wir hätten zum Beispiel auch hier zum Bäcker gehen können. Ja. Da hätte der Richter wahrscheinlich endlich mal im Namen des Volkes gesprochen. Äh, aber nicht in unserem Volke. Ja, weiß ich nicht. Zumindest, also wäre zumindest näher an uns dran gewesen. Nicht abgeschlossen und so weiter. Hätten auch andere Leute mal zuhören können, die nichts mit der Sache zu tun haben. Und die beiden Herrenschaften, die draußen standen vom Wachtschutz, die standen ja neben dem Richter. Ja. Die hatten da leichtes Schmunzeln, wenn ich es sehe. An Schmunzeln? Ja, ja. Schadenfreude vielleicht. Aber darf man nicht sagen, das wird dann wieder rechtlich irgendwie einzuordnen. Ja, weil die standen da auch. Dann möchte ich jetzt mal ein strahlendes Lächeln jetzt sehen. Also erstmal hier, du Schlingel, Sons of Anarchy. Ja. Und so geht das zum Richter. Mach mal den Oberarm mal frei, ja. Du kriegst noch auch eine Kaffeekasse dazu. Wow. Ich hab einen auf Sons of Anarchy. Mal sehen, ob wir das alles senden können. Also, schönen Dank, dass ich dich erstmal habe kennenlernen dürfen. Eine echte Busfahrerin. Das war mir auch ein Vergnügen. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Nee, das war interessant. Und wir kennen uns ja schon. Ja. Mal Grüße an Sven. Ja. Und auch an Lars. Auch. Und wenn du das verteilst oder mir schickst, ich verteile das ja dann auch weiter. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Genau. So, jetzt haben wir alle soweit zusammen. Ja. Und dass die Pressearbeit in Hannover wieder zusammenfindet. Ich würde sagen, danke an alle, die hier vor Ort waren. Das ist nicht selbstverständlich. Also, ich habe nicht gedacht, dass so viele Leute kommen. Es waren Leute da, die ich überhaupt nicht kannte. Die vom Aufruf her einen Geschäftsmann aus München extra seine Reise hier hoch nach Deutschland verlegt, damit er heute hier sein war. Cool. Leute aus mehreren Umgebungen, die ich aber auch noch nicht persönlich kannte. Viele bekannte Gesichter aus allen Gruppen, wo ich schon war, Spaziergänge, Demo. Ich fand es super. Und dass du da warst. Das war auch gut. Ja. Fand ich toll. Ich bin durch Zufall hier vorbeigefallen. Ja. Ich habe hier nur so ein paar Raketen hochgehen sehen. Und so habe gedacht, ach, da guckst du mal. Irgendwas ist hier bestimmt los. Ja, ja. Wir haben auch mit... In Hannover haben wir doch ständig Zirkus. Ja. Weißt du doch, Roncalli ist wieder im Lande. Ach ja. Vielleicht guckst du ja immer vorbei. Ja. War eine gute Aufführung. Ja. Dankeschön. Jetzt mache ich aber Schluss hier. Danke.